Mittwoch, 11.03 Uhr Frag mich aber, was das so cool vom Sinn ist. Autogarage Ähm, hallo? Hallo, Sir? Typ? Entschuldigen Sie? Äh, Typ. Hallo. Hey! Oh, ah, sorry. War beschäftigt. Wie kann ich irgendwie hilflich sein? Ähm, hier. Erstmal so ein Blaumann schmieren. Hey, Sie haben vielleicht eine Geduld. Das Auto ist seit zwei Jahren hier. Zwei Jahre? Jeden Monat mal gefahren, haben Reifen und Batterie gecheckt, genau wie Sie es gesagt haben. Wie ich, äh... Hier. Ich muss mal an den Schacht denken. Schon wirkt er erschöpft. Aber wenigstens ist er am Leben. Ich tue alles, um ihn da rauszuholen. Ein Auto? Warum soll ich ein Auto suchen? Das ist doch blöd. Oh, ich sollte vielleicht noch die Karre abholen. Okay, Sie liegen dann da drüben. Einen schönen Tag noch, Meister. Jo, danke. Danke für die Karre, denke ich. Das Auto steht seit zwei Jahren hier. Was bedeutet das? War ich schon mal hier? Ich erinnere mich nicht. Ups. So. Ich hasse Aufzüge. Sorry, ich hasse Aufzüge. Ich selber kann nie lange in einem drin bleiben. Ich kriege mal Anfälle. Ich mag auch dieses Gefühl nicht. Hm? Ach, da hinten. Das sieht auch nicht schlecht aus. Ein bisschen zerbeult, aber... Ah, okay. Auch nicht schlecht. Farbe ist ein bisschen zum Kotzen. Und jetzt? Achso. Handschuhfach vielleicht. Hm, super. Irgendwas muss es mit diesem Auto doch auf sich haben. Man will doch nicht umsonst, dass ich mir das Ding hier hole. eine Fahrertür vielleicht? Eine Fahrertür vielleicht? Bingo. Ein Navi? Ist doch ein Navi, oder? Ihr Ziel liegt vier Meilen entfernt. Hinter dem Parkplatz die erste rechts abbiegen. Wie du meinst. Hm. Nettes Autogeräusch. Gefällt mir. An der nächsten Kreuzung links abbiegen. rechts halten und die erste Ausfahrt nehmen. Ich dachte ich muss mir jetzt die ganze Zeit das Navi anhören. Oh mein Gott ist das ein Regen. Und neblig vor allem. Das kann nicht gut sein. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Haben Sie genug Mut, Ihren Sohn zu retten? Hören Sie genau zu. Merkwürdiges Navi. Fahren Sie auf dem Highway 5 Meilen gegen die Fahrtrichtung. Was? Wenn Sie in 5 Minuten das Ziel nicht erreicht haben, haben Sie versagt. Gegen die Fahrt... Ich schaffe das. Ich tue alles um meinen Sohn zu retten. Wenn ich es schaffe, habe ich mehr Buchstaben für das Rätsel. Eine einzige Spur. Es gibt kein Zurück. Keine negativen Gedanken. Das zieht einen nur runter. Okay. Okay. Ich muss es tun für Sean. Ich habe keine Wahl. Wir dürfen jetzt nicht negativ denken. Es ist zwar... Es kann, aber es muss sein. Okay. Fünf Meilen gegen den Verkehr. Ihr könnt so viel hupen wie ihr wollt. Ist mir scheißegal. Okay. Oh, shit. Woah, 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 woah. Ai, ai, ai. What the... Oh, god. In 4 Meilen haben Sie Ihr Ziel erreicht. 4 Meilen noch. Shit. Woah. Na komm. Nicht aufgeben. Typ, geh weg. Oh, god. Weg, der Typ. Du auch. In 3 Meilen haben Sie Ihr Ziel erreicht. 3. Fast geschafft. Hälfte haben wir fast geschafft. Ruh, Radkappe! Oh, crap. Wir haben es fast. Jetzt nicht nachlassen. Wir haben es fast geschafft. Speed Level... Oh, nee. Aus dem Weg, verdammt! Aus dem Weg, verdammt! Aus dem Weg, los! Okay. Wir haben Glück, der ist rückwärts weggefahren. Eine Meile noch, komm. Wir haben es fast geschafft. Jetzt nicht aufgeben. Oh, nein. Natürlich muss genau jetzt Poliz... Shit! Tut mir leid! Fuck! Fuck! Scheiße! Sehr gut. Okay. Okay. Im Handschuhfach? Achso. Fuck! Stop it! Geh auf, du Scheißding! Okay. Der Schlüssel. Das Handschuhfach. Da... Muss... Das Handschuhfach. Komm schon! Ja! Eine... Eine Karte. Bingo. So. Jetzt nichts wie raus hier. Oh, scheiße! Komm! Blödes... Gut! Au! Okay. Raus hier! Shit! Komm! Funktioniert nicht! Mach auf, Mann! Auf! Raus hier! Raus hier! Oh Gott! Jetzt nimmst du mir weg. Bevor die Bullen nachkommen. Ich bin... Dann habe ich dir gedacht... Ich bin... Ja... Jetzt, ich bin... ... ... ... Sean Okay Nichts wie weg hier Oh man, das hätte schief gehen können Das hätte unheimlich schief gehen können Mittwoch, 15.15 Uhr Motorradfahren bei dem Wetter muss scheiße sein Ich bin totenmüde, ich muss schlafen Ich bin totenmüde, ich bin totenmüde Von deiner Fratze ganz zu schweigen Geh mal zum Zahnarzt Geh per den Wisch Du könntest auch mal Schlaf brauchen Siehst aus, als ist so drei Kilo Kokain in dir Wie lange bleiben Sie bei uns, Miss Paige? Ich weiß nicht Zimmer 201 Letzter Stock Treppe ist im Hof rechts Ist das die da, ist die da mit gemeint hier? Die Treppe Ich hoffe, der widerliche Rezeptionist hat keinen Zweitschlüssel zu meinem Zimmer Eine Horrorvorstellung Letzter Stock Zimmer 201 Treppe rechts, letzter Stock Letzter Stock, auf jeden Fall sollten wir mal bis ganz nach oben gehen Treppe rechts Ich hoffe, ich bin auch hier auf der richtigen Treppe Äh, nee, das kann es nicht sein Da muss das hier der letzte Stock sein Äh, 207 205 Okay, das heißt, hier am Ende müsste es Ist das Ethan? Ach du Scheiße Sind Sie okay? Ich rufe den Notarzt Nein, kein Notarzt Sie sind verletzt, Sie brauchen einen Arzt Bitte, ich will nur in mein Zimmer Zimmer 207 Das wird leichter vorne Komm mal mit Du brauchst dringend Ruhe Du bist gerade fünf Meilen gegen den Verkehr gefahren Und hast dich dann aus einem brennenden Auto gerettet Dass du noch lebst, ist ein Wunder Haben Sie den Schlüssel? Blöde Frage Ne, Mini Sparta Kick Da ist bestimmt was gebrochen Wird mich nicht wundern, wenn es so wäre Sie sehen schlimm aus Sie müssen zu einem Arzt Es sind wohl ein oder zwei Rippen kaputt Ich werde schon nicht sterben Aber es tut sauweh Ihr Kopf blutet, die Runde sieht schlimm aus Ja, ich war gerade in einem brennenden Auto Das sollten wir mal irgendwie desinfizieren oder so Gucken, was er so hat Ja Seine Wunde muss desinfiziert werden Ja, das wird nicht Moment, ist es das gewesen? Peraphenol-Fiebermittel Nur bei hohem Fieber zu verabreichen Ne, dann ist es das nicht Äh Was ist das? Necophren 100 Antibiotikum bei Infektionen Infiziert ist es ja noch nicht Also Bei Infektion Ich weiß nicht, ich bin gerade Ups, das wollte ich nicht Peraphenol-Fiebermittel Nur bei hohem Fieber zu verabreichen Ja, ja, ich geb's ihm ja auch nicht Äh Ich wollte eigentlich Das da Genau, was ist das? Peraphenol-Schmerzmittel Bei starken Schmerzen Höchstens eine Tablette in 24 Stunden einnehmen Wir sollten ihm erstmal davon eine geben Hier Nehmen Sie Das sollte Ihnen helfen Was ist das? Schmerzmittel Gleich wird es Ihnen besser gehen Laut Packung reicht eine für 24 Stunden Sie sollten die Dosis auf keinen Fall überschreiten Ich kann's mir nicht leisten zu warten Okay Eh Das war Seine Wunde muss desinfiziert werden Ja Bingo Bonko Sorry Kann ich anders Äh Hat er hier kein Verbandszeug? Na gut Das wird jetzt brennen Ich desinfiziere Ihre Wunde Könnte etwas wehtun Das wird jetzt brennen, Digga Aufpassen Und sagte Das ist schon schmerzhaft genug, sowas Zu hart Oh, komm schon Ich mach doch gar nicht so hart, Mensch Stell dir dich nicht so an So Okay Fertig Die Wunde ist gesäubert Den würde auf jeden Fall nicht der Kopf platzen An Ihrer Stelle würde ich mich lieber ein paar Tage schonen Ich Ich brauche eine Dusche Okay Ich helfe Ihnen So Ich warte, bis Sie rauskommen Sagen Sie, wenn Sie was brauchen Oder Sag gar nichts Nicht luschern Reden Sie Dann weiß ich, wenn Sie umkippen Wie heißen Sie? Madison Wohnen Sie hier im Hotel? Nein, ich wohne in der Stadt Ich leide an chronischer Schlaflosigkeit Ich kann nur in Hotels schlafen Keine Ahnung, warum Wenn ich zu müde werde, dann Verbringe ich die Nacht hier Ich Ich bin auf der Durchreise Was machen Sie sonst, Madison? Wenn Sie nicht Bremde verarzten Äh Einbrecher verkloppen Ich bin Fotografin Ich Fotografiere Möbel für trendige Designmagazine Und Sie? Ich Ich bin Architekt War Architekt Böse gesagt Äh, alles klar Hallo? Danke fürs bleiben Mir geht es viel besser jetzt Okay Ich gehe dann mal Übrigens Übrigens Wie heißen Sie eigentlich? Ethan Passen Sie auf sich auf Wenn es so leicht wäre Ah, wir sind wieder Even Okay Gut Was steht da als nächstes auf der Tagesordnung? Die erste Herausforderung haben wir geschafft Bleiben uns noch vier Keine Zeit zu verlieren Keine Zeit zu verlieren Das ist ein Kraftwerk Los geht's Um keine Zeit zu verlieren Der Regen wird auch nicht besser Mittwoch 1626 Oh, Neo und Captain Arschloch sind wieder da Sie hätten schießen sollen Nein Wie? Hätte ich nicht Da drin Er hätte schießen können Mich töten Warum haben Sie gezögert? Weiß nicht, vielleicht wollte ich es irgendwo Bevor ich so eine Entscheidung treffe Brauche ich alle Informationen Ich ziehe es vor Mit dem Verstand zu arbeiten Ach kommen Sie Es ging um den Bruchteil einer Sekunde Ich hätte vorher tot sein können Ja Der Verlust wäre nicht allzu groß Oh, das tut mir leid Ich dachte, sie wären knallhart Ein Bulle, den niemand was anhaben kann Ich dachte, ihr Ego hätte das abgefangen Ich habe sie wohl falsch eingeschätzt Verpissen Sie sich Norman Worauf warten wir hier eigentlich? Das ist er Miroslav Korda? Ja? Lieutenant Carter Blake Ich habe ein paar Fragen Ha Du hast den Kaffee abgekriegt Ich schnapp mir den Kerl Shit Sorry, Mann Pass doch auf, wenn du fährst Kacklappen Sorry 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 Okay Sorry, Frau Und Wuhu Oh 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 Ja Alter Warum müssen solche Leute immer so viel Chaos machen? Shit Tut mir leid Einmal über die Wurst, äh, Gemüse-Ticker über die Kasse 299 Fuck you Ach shit Nicht der Fisch Hör auf mit Fisch zu werfen Du Penner Du Fischgesicht Hühnchen? Warum sind hier Hühner? Ah Oh Huhn Okay Hier kommt der Frost nicht raus Na los Zeig deine hässliche Visage Scheiße, wo ist der hin? Ich sehe hier gar nichts Der flieht nicht Ich kriege den Scheiß-Karren Oh, ist er der Arsch Ah Wow Penner Nope Oh nein Ins Gesicht Oh da Nein Blöder Glatzkopf Au Die macht der Glatz Was ist denn? Ne Nope Paff So Und Shoryuken Blöder Penner Hey Ziemlich spät Anscheinend haben wir unseren Origami-Killer Mulch Wie 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 Untertitelung des ZDF, 2020